Konnichiwa ihr Motherfuckers Jetzt hat's gestartet ja Ich hab keinen Schalldämpfer drauf Haben Sie jetzt gestartet? Jaaa Ja wir spielen Battlefield und ich hab äh ne Challenge genommen die heißt nur Messern und schalte die gedämpfte Waffen Die heißt nur Messer weil man erwartet voll den epischen Namen nur Messer Der war noch blind der arschfickende Hund Fotzer Sie sehen einen mittelnden Baton Frantan Ja Frag mich ob unsere Videos kinderfreundlich sind das wäre interessant Warum nicht? Schaut ja unseren Kanal doch an wir sind nur kinderfreundlich Ach stimmt schon Zu größten Kiles Vielleicht Ja ja Sie sind die größten freundlichen Kinder der Welt Mhm Hallo Sabo Ich seh Sie nichts Es ist so viel Sand Crocodile Stop it man kurz please Danke Partner Pauli Auch wir Hast du dich So lebt du Auf Ja Schlag hat nicht 8 Leben er hat nur 8 Leben ich hab mit der schallgedämpften dieser Zaltikel zweimal getroffen oder dreimal er hat noch fucking mother fuck arsch FOTZE Bato und Anton du willst dir nicht Battlefield kaufen? Grundsätzlich nicht also mich selbst ja ich würde glauben ich würde Battlefield kaum anzocken auch wenn ich es kaufen würde ich würde kaum spielen auch wenn ich etwas kaufen würde und du es scheren würdest und sogar wenn wir dich zwingend dazu würden ok wenn es nicht BD kaufen würde ich nicht scheren ist ne andere Frage ja scheiß Camper ich dachte warum sagt er ganz weit ich denke so Bato hast ne ja was denn los ja ich hab ihn getötet erstmal dippen in die mund dippen ja aber fern ja fern ok da würde ich schon teilweise wieder mitzahlen teilweise sind nur 10 Euro 10 Euro oh oh mein Gott das hab ich auch aufgaben wir kriegen keine Antwort gerade so wir müssen sagen äh 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 hinter mir spawnen ein ok ich drehe mich um mit der der sagt ich töte ihn äh hinter ihm spawnen noch ein und den töt ich auch das ich schluss schluss Pato wir haben dich so krank gemacht nochmal ja wie bitte noch weinen ich war aufgeregt wie viel würde Battlefield kosten online online 20 Euro dann soll ich den unten von schluss von schluss die du wieder erstmal mit Ratlafen saß oder mit Yu-Gi-Oh-Karten so ist unser Privatleben zahlen und rast mit anderen Währungen und ich bin der Reinste immer in der Schule Du bist der Reichsschule, du bist der Halsabschneider in der Schule bin ich der Rich bin Ich bin ein Laser Ok Oh, noch ein Messer kill Ok, du willst es allen zeigen Dann zeig es mir Ich geb den Laser währenddessen Wart du in GTA, wenn er meckert Ok Die Wohnung hat er mich gesehen Das ist ein Schock Ok Oh Der Retorem angenommen Hoppala War ein Unfall Schoooo Haschik Was Sag es nochmal Haschik Hange Ok, bea Haschik Haschik ein ich wollte gerade mein Leser-Beam auf dich schießen ja okay ich hab gedacht zwei gemäßt hat von hinten funztiert war Anton danke für den Kiel ich messe nur wieder Ich habe Pulsweiter, warte, fuck! Warte, was was, den fick ich jetzt auch? Ich habe C4, komm her, du Fotzenkind. Mio. Das Dump. Das Dump. Das Dump. So, so, mich nicht geklärt. Okay, her, ich lebe. Das Dump. Das Dump. Das Dump. Hilfe! Hinschnipper! Geh! Ich wollte gesnippert. Aber jetzt weiß ich wo die Sniper sind. Ok der ist weg. Ich brauche ein Flugzeug oder ein Helikopter. Die haben wir da verstanden. Jetzt wurde ich versteinert. Hinkoff! Hier ist noch ein Schott in deiner Face, Bitch! Na, fuck. Der zieht weg nicht sogar der Arsch. Aber ich habe schöne Messer-Kills. Der Bär steht nicht... Pick auf den Sch... Ok. Ist das was ausgestattet? Nicht nix. Ich wollte das jetzt nicht sagen, während du auch nehmen. Acha! Jam, 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 jam. So, fuck are you? Ja, da kommt der Fick! Ja, da kommt der Fick! Und ich weiß, dass das auch immer kapiert ist. Und fuck you mit der Ursus Schotte. Fick dich, Woll! Fick dich da viel! Beide sind tot. Und ich kann weiter... Ja, machen! Und ich kann weiter... Ja, machen! Oder war das nicht was? Ja... Das bin ich die ganze Zeit. Ist wurscht, Anton macht auch Flugzeuggeräusche. Ich bin Bär und sie ist Leser! Und tschüss! Ja... Ja... Ja...